Servus Angelfreunde und willkommen beim nächsten Video von RF4. Heute geht es um die Schlei bei der Altenfestung. Den Schleinspot habe ich jetzt extra gesucht für das Schleinturnier am Samstag bei Rockmania TV. Das ist ein Streamer. Der macht jeden Samstag am 20.15 Uhr ein Schleinturnier bei der Altenfestung. Und da ich da beim letzten Mal dabei war und einigen Leuten versprochen habe ein Schleinvideo von der Altenfestung hochzuladen, habe ich heute mal einen Spot gesucht und auch einen gefunden. Ich hatte auf diesem Spot einen 8 Meter Clip und Honigteig und Griebschwanz funktionierte am besten. Mein Equip seht ihr dann wieder im restlichen Video. Dann wünsche ich euch tut viel Erfolg und bettere Heil. estabele hochzuladen Trump j snel Untertitelung des ZDF, 2020